Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht für blöd verkaufen lassen. Nicht der Job in der Asylindustrie, Toilette putzen, Essen selber kochen, Kleidung selber waschen, das muss die Arbeitspflicht sein. Und wer die nicht einhält, darf kein Geld mehr kriegen. Und wenn er ausreisepflichtig ist, dann muss er sowieso außer Landes gebracht werden, so wie das andere EU-Länder auch wunderbar praktizieren. Die illegale Masseneinwanderung erreicht neue Rekordwerte. Um dem entgegenzuwirken, wollen jetzt die Landkreise Görlitz und Bautzen eine sogenannte Arbeitspflicht für Asylbewerber einführen. Ist das eine gute Idee? Kann man damit die Masseneinwanderung stoppen? Um diese Frage geht es in der heutigen Folge von Jörg Obann direkt. Herr Obann, ganz direkt, wie das Format ja heißt, was halten Sie von der Idee, eine Arbeitspflicht für Asylbewerber einzuführen? Prinzipiell gut, aber ich glaube, das, was jetzt geplant ist, ist eine Mogelpackung. Weil am Ende ist die Frage, welche Tätigkeiten, welche Arbeitspflicht haben denn die Migranten? Und was wir zurzeit erleben, ist eben, dass wir viele Unterkünfte haben, wo die Migranten nicht ihre Toiletten sauber machen, ihr Essen nicht selber kochen, sondern bekocht werden, Wäscheservice und zum Teil sogar Friseurservice. Also Rundumpaket könnte man sagen. Rundumpaket haben wir hier in Dresden ein Luxushotel quasi, wo alles dabei ist, inklusive Friseur. Also ganz, ganz viel Arbeit, die im Prinzip deutsche Dienstleister erbringen. Und das ist aber mit dieser Arbeitspflicht nicht gemeint. Hier wird ein bisschen imaginär gesprochen von Tätigkeiten auf dem Bauhof oder woanders. Und zu befürchten ist eben, dass es genau darauf hinausläuft, dass es irgendwie Jobs geben wird in der Asylindustrie oder irgendwie ein bisschen putzen. Aber selbst das wird nicht funktionieren. Und das, was eigentlich normal ist für jeden Menschen, dass er seine Toilette sauber macht, dass er sein Essen selber kocht, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Deswegen sage ich, wir müssen ganz genau hingucken, ob wir hier an der Nase herumgeführt werden oder ob es wirklich, sage ich, eine Arbeitspflicht ist. An sich ja, Arbeitspflicht bin ich dafür. Mehrere Stunden pro Tag, aber bitte erst mal das eigene Asylheim sauber halten, das eigene Essen kochen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen eben auch die Geldleistungen auf null gestrichen werden, so wie wir das gefordert haben, auch hier im Sächsischen Landtag, damit eine abschreckende Wirkung entsteht, weil Deutschland ist bis heute das attraktivste Land für Wirtschaftsmigranten in ganz Europa. Nun habe ich dazu eine ganz interessante Statistik gesehen im Vergleich zu anderen Ländern, wie es da funktioniert, was jetzt auch die Arbeitsmoral der hier ankommenden Flüchtlinge betrifft. Da ist es in Deutschland tatsächlich so, dass hier die wenigsten Asylbewerber tatsächlich in Arbeit sind. Liegt das jetzt an dem Sozialstaat oder liegt das auch an uns, wie sie Medien immer sagen, dass wir nicht weltoffen genug seien etc.? Was ist der Grund, warum so wenig tatsächlich hier arbeiten, sondern sehr, sehr viele, sage ich mal, von Sozialleistungen abhängig sind? Also ich glaube, da spielt beides eine Rolle auf der einen Seite. Ja, Deutschland hat mit den höchsten Geldleistungen für Asylbewerber in der gesamten EU. Das heißt, ich muss nicht arbeiten, weil ich habe genügend Geld. Und wenn ich dann zusätzlich noch das Essen umsonst gekocht kriege und nichts machen muss, dann reicht das Geld eben auch. Und das Zweite ist eben, ja, die Arbeitspflicht, die wird bei uns eben nicht in dem Maße durchgesetzt, wie in anderen EU-Ländern, also mit Geldkürzungen verbunden, so wie in Dänemark zum Beispiel. Auch das motiviert natürlich nicht zum Arbeiten. Da ist ja die spannende Frage an dem Punkt, woran liegt es, dass Deutschland so beliebt, sage ich mal, bei den Asylbewerbern ist. Ich meine, in Griechenland ist das Wetter schöner, in Spanien ist das Wetter schöner, auch in Italien ist es sicher. Ist jetzt eine ziemlich einfache gemeinte Frage, aber warum kommen die nach Deutschland, aber nicht nach Italien, Griechenland, wo es ja erstmal sicher und nicht wesentlich schlechter ist, was zum Beispiel das Wetter betrifft? Ja, das liegt an den Rahmenbedingungen, die wir ja auch im Landtag ja schon regelmäßig kritisiert haben. Deutschland zahlt mit die höchsten Geldleistungen für Migranten und schiebt fast nicht ab. Also wenn man weiß, man ist in Deutschland, dann weiß man, man kann eigentlich bleiben. Und das sind die beiden Hauptgründe. Und dass das so funktioniert, das sagen ja auch die Zahlen. Wir wissen, dass zum Beispiel Migranten, die in Griechenland einen Asylantrag gestellt haben und bewilligt bekommen haben, also anerkannte Asylbewerber in Griechenland, die fahren dann trotzdem nach Deutschland weiter. 12.000 waren das im letzten Jahr, beantragen hier nochmal Asyl und bekommen das auch von deutschen Behörden. Die werden nicht zurückgeschickt. Das verstößt doch gegen jedes Recht eigentlich. Ja, aber da kümmert sich ja niemand drum. Das ist ja genau das Problem, dass wir Recht und Gesetz nicht mehr gelten lassen. Normalerweise dürfte eigentlich gar niemand nach Deutschland hereinkommen mit dem Asylbegehren, weil wir von sicheren Drittländern umgeben sind. Außer der kommt an der Nordsee oben an, dann würde es ja theoretisch gehen. Nee, dann kommt er ja trotzdem aus skandinavischen Ländern. Aber das ist der Punkt. Also Recht und Gesetz gelten eben nicht mehr. Die Politik macht sich einen schlanken Fuß und wälzt die Probleme, die finanziellen Probleme, aber auch die Sicherheit auf die Bevölkerung ab, auf die Bürger ab. Und da müssen wir ran. Also wir müssen endlich eine abschreckende Wirkung für illegale Wirtschaftsmigranten entfalten in Deutschland. Und andere Länder machen uns das vor, dass das geht. Da stelle ich mir mal die Frage an der Stelle, wie ist das jetzt? Manche sagen, das ist jetzt eine reine Bundessache. Manche sagen, das muss irgendwie auf EU-Ebene geregelt werden. Wo kann man denn da ansetzen? Ist das jetzt nur EU-Recht oder kann man es auch im Land machen, hier in Sachsen als Freistaat selber? Wie ist da die gesetzliche Lage? Also es gibt vom Gesetz her verschiedene Regelungsebenen. Das stimmt. Also zum Beispiel die Abschiebung. Die Abschiebung ist Ländersache, also die Umsetzung der Abschiebung. Dort scheitert Sachsen, Herr Kretschmer, kolossal. Wir haben mittlerweile über 15.000 ausreisepflichtige Migranten. Die kriegen hier trotzdem noch Geld, obwohl sie gar nicht mehr hier sein dürfen, kriegen trotzdem noch Geld, bleiben in ihren Sozialwohnungen und werden eben nicht abgeschoben, selbst in die Länder, wo wir abschieben dürfen. Tunesien, Marokko, Algerien und so weiter. Das ist Landessache und da scheitert Sachsen auch. Und Bundessache ist es natürlich, dass wir sagen, wir müssen endlich zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, man darf in Deutschland keinen Asylantrag stellen, wenn man aus dem sicheren Drittland kommt. Die Leute müssen in unsere Nachbarländer zurück und auch dort macht sich die Politik bis jetzt einen schlanken Fuß. Man möchte die Auseinandersetzung nicht haben mit Frankreich, mit Österreich, mit Polen. Und deswegen haben wir die Situation, wie wir sie heute haben. Und natürlich, die EU kann natürlich sagen, ihr müsst Migranten aufgeben, aber dort sage ich mir, das machen andere Länder restriktiver. Die Skandinavier machen es uns vor, die sagen uns, ihr könnt uns erzählen an der EU, was ihr wollt. Wir schützen unsere Grenzen, wir nehmen die Geldleistung weg und wir sorgen dafür, dass die Leute zurückkommen. Und auch Ungarn zeigt das. Auch Ungarn sagt, nee, die EU darf uns nicht vorschreiben als Nationalstaat, wie viele fremde Wirtschaftsmigranten wir ins Land lassen. Und dort sieht man ja, dass es Unterschiede gibt, auch gerade in der kritischen Auseinandersetzung mit Brüssel, mit der EU. Man kann das machen, wenn man das will. Unsere Regierung will es bis heute nicht. Die Regierung müsste sich ja eigentlich an Recht und Gesetz halten und dafür sorgen, dass illegale Asylbewerber, bzw. Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, dementsprechend noch abgeschoben werden. Jetzt haben wir einen sogenannten Spurwechsel eingeführt. Das bedeutet sinngemäß, dass, wenn jemand herkommt, einen Asylantrag stellt, der abgelehnt wird und derjenige in der Zeit aber einen Job findet, wieder nicht abgeschoben werden kann. Also, das passt ja wieder vorne und nicht zusammen. Auf der einen Seite sagen sie den Medien, die Regierung, dass sie sich jetzt um das Problem der illegalen Massen einfach darum kümmern wollen. Auf der anderen Seite machen sie fast alles, damit jeder hier bleibt und irgendwie an jeden Strom sich klammern kann, um eben nicht abgeschoben zu werden. Wie passt das letztendlich zusammen? Genau. Und hier sehe ich auch die Verbindung zwischen dem Spurwechsel, der auf Bundesebene beschlossen worden ist, und jetzt dieser Arbeitspflicht, die eingeführt werden soll. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht für blöd verkaufen lassen. Weil wenn Spurwechsel bedeutet und Arbeitspflicht, dass illegale Migranten am Ende als Dolmetscher arbeiten, als Soziallotse arbeiten oder irgendwo in der Asylindustrie beschäftigt sind, dann dürfen die natürlich nicht hierbleiben, ist zumindest meine Meinung. Weil dann würden wir ja im Prinzip Leute, die wir eigentlich gar nicht brauchen, die vom Steuerzahler finanziert werden, die das Geld verbrauchen, was bei der Rente, bei der Oma fehlt, dass wir denen dann noch eine Belohnung dafür geben, dass sie hierbleiben dürfen und weiter ihr ganzes Leben lang entweder im Sozialsystem sind oder in diesen Einrichtungen, die alle Steuergeld kosten, weiter arbeiten. Und deswegen sage ich vorsichtig an der Bahnsteigkante, nicht der Job in der Asylindustrie, Toilette putzen, Essen selber kochen, Kleidung selber waschen. Das muss die Arbeitspflicht sein und wer die nicht einhält, darf kein Geld mehr kriegen. Und wenn er ausreisepflichtig ist, dann muss er sowieso außer Landes gebracht werden, so wie das andere EU-Länder auch wunderbar praktizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017